UNTERTITELUNG 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 Ich bin mit dem UFC-Fighter Sean Pearson, der aus Toronto stammt und für den der kommende Samstag ein sehr besonderer Tag sein wird. Sean, du bist aus Toronto. Obwohl dieser Saturday wird etwas für dich etwas spezielles für dich. Nein, das ist großartig. Das ist etwas, was ich für die letzten 10-12 Jahre habe. Die Rezeption, die ich hier in Toronto habe habe, ist unglaublich. Ich liebe die Unterstützung, ich liebe es. Bitte erzähl uns etwas über deinen Gegner. Jake, er ist ein Juggernaut. Er hat den besten Namen im Sport. Ich liebe es. Er ist ein wirklich schwerer Mann. Er ist in der Top 20 in der Welt. Ich weiß, dass ich alles gegen mich habe. Aber es ist nichts falsch mit einem Enderdog und einer Verkäufer. Ja, bevor du professionellisch kämpfst, warst du ein Polis-Officer. Die Polis hatte ein Problem mit dir in der Kampf. Und du hast eine Professionell-Fighting-Karriere. War das die richtige Entscheidung? Nein, ich war nie ein Polis-Officer. Ich wurde erst als Polis-Officer. Und ich hatte zwei Entscheidungen. Ich hatte zwei Entscheidungen. Ich musste erst als Polis-Officer oder diese Karriere weitergehen. Das war mein Traum für lange Zeit. Und die Zeit ist nicht auf meiner Seite. Ich habe die richtige Entscheidung. Ich bin ein Traum und ich habe keine Erinnerungen. Okay, Sean, vielen Dank. Glückwunsch auf deinem Kampf. Thanks a lot. Appreciate the time.